Äh, Sid? Ja? Wo bist du? Oh, da ist kein Player mehr. An der Fire Station. Ach da, genau vor mir. Wo laufen wir jetzt überhaupt hin? Ähm, Krankenhaus, hoffentlich. Zombies at der Fire Station. Weil ich meine, hier sind wir das allererste Mal langgelaufen, wo wir da, ähm, ausgesucht haben. Na, wurden wir doch da abgeballert aus der Fire Station, dann sind wir hier irgendwie lang. Nein, nicht da. Nein, nicht da rein. Oh, du sch***. Du hast geballert? Ja, ich hab geballert. Ich nicht. Ich hab geballert. Okay, wir sind an der Kirche. Bist du noch in der Kirche? Äh, ich bin direkt in der Kirche. Warte kurz. Ich geh jetzt, jetzt in die Kirche, ja? Ja, ich bin auf dem Weg. Moment. Ich bin direkt daneben, muss nur in die Mauern rumfinden und mich halt auch ein Zombie verfolgt. Bist auch in der Kirche. Da, nein, da ist ein Zombie. Oh mein Gott, draußen ist ein Zombie. Kommt rein, Leute. Ballert den mal ab. Und dann noch einer. Wow. Kirche leuchtet wie Sau. Seid ihr sicher, dass er sicher ist? Ich bin nicht sicher, nein. Ich komme mir nicht ins rein. Da seid ihr. Ich bin der, der hinter den Zombie ist. Ja, aber das Problem ist, dass ich mir mal eben meine Painkillers reinwerfen muss, weil... Ich hänge, ich hänge, ich hänge um. Es geht überhaupt nicht mehr. Ich kann so nicht schießen. So, dann komm mal her, du kleine Schlampe. Bisschen neuer Loot oder... BAM! Das war ein Headshot. Wichser. Geht doch. Hä? Wow, was stehst du denn mal neben mir? Äh, ich glaube, ich habe irgendwie einen Lecklader gerade. Also entweder bin ich blöd oder das Feuer ist jetzt aus. Woher gehst du da raus? Ich nicht, weil hier liegt eine Waffe. Echt? Äh, oder auch nicht. Ne, nur ein Magazin. Also ich kann euch sagen, wenn ihr rausgeht, müsst ihr aufpassen, ähm, ich glaube, wenn ihr rausgeht, links von euch sind direkt drei Zombies. Okay. Toll, das beruhigt mich wirklich ungemein. Also ich dachte, ich sag dir das mal, ne, so, da ich das hier sehe und so. Rein, Leute! Ich dachte eher, dass Feuer, was da auf dem Berg war, weil da war gerade noch Feuer an, aber ich habe keinen Player gesehen. So, ich nehme mal noch ein paar Road Flares mit. Äh, könnt ihr mir mal bitte sagen, wie viel Blut ihr habt? Äh, 5300. 2900. Oh, shit. Okay, ich bin wirklich derjenige mit dem wenigsten Blut. Ich habe es krank rausgefunden, Leute. Ja, super. Nein. Komm, einfach. Ja. Wo, wo ist es denn, wo ist es denn? Äh, rechts aus dem, aus der Kirche raus. Und dann die Straße lang und dann legst du wieder rechts. Ich weiß. Und links von uns ist die Schule, da gehe ich als nächstes rein. Ach, das? Achso, da war ich ja eben gerade drin. Er rennt da gerade aus der Kirche. Wir. Oh, ja. Leute, da war ich gerade drin, habe alles gelootet. Ich habe es auch für Morphium und so weiter. Oh, scheiße. Äh, ja. Leute, hier sind überall Zombies. Ja, 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 ich weiß, ich bin hinter dir. Ich bin das, ich bin das. Ja, aber wo ist Sid? Ich bin in dem Krankenhaus. Hast du ein Bloodpack? Nein, sieht sehr schlecht aus. Hier ist gar nichts. Hinten, die alle eingesammelt hat, nein? Nein, da war gar gar nichts. Also kein bisschen. Also ich mache mir Sorgen, ich würde ja eigentlich nicht runterkommen, aber naja. Moje, dann trickst du dich mal. Ich gehe mal kurz aufs Dach drauf, da könnt ihr nämlich auch noch Zeug spawnen. Ey, ich bin gerade in der Schule. Und ich schieße. Ich will euch den Arsch retten und die haut ab, ey. Ne, für Leute. Scheiße, ein Magazin habe ich noch von meiner Colt. Schieß mich nicht über den Haufen, Alter. Werdet ihr von anderen über den Haufen geschossen oder von Zombies überran? Wir werden eher von uns selbst über den Haufen geschossen. Scheiße, scheiße, scheiße. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich kann nicht mehr landen. Ah, ich stehe sit auf dem Dach. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Hör auf, um Flas zu werfen! Oh fuck. Alter, ey. Oh fuck, für mich sieht schlecht aus, laut hinten. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin direkt hinter den Zombie unten in den Gang reingelaufen. Ich bin 4104. Ich sterbe nämlich auf die Zombie. Äh, kannst du mir mal. Danke, ich bin das nicht besser. Ja, ich weiß. Und jetzt, äh, würde ich mal gerne einen Bloodpack oder sowas kriegen. Ich hab nämlich 3008. Kannst du total vergessen, ist gar nichts. Na toll. Ich geh nicht nach Elektro rein mit dem Equipment. Wie ist das? Alter, warum, ganz ehrlich, warum spielst du ein Spiel? Tu es einfach. Nee, da sind mir zu viele Zombies, ganz ehrlich. Ich sehe, was da alles unten drin rum kreucht und fleucht. Wer viel zu viele weißen dotzt. Also raus geh ich nicht mehr. Ja, komm, wir campen einfach die Nacht in der Schule aus. Ja, in der hochbeleuchteten Schule, ne? Oh, ich hab ne Map gefunden. Da wird schon keiner reingehen. Toll. Äh, hat jemand von euch was zu essen? Wie hast du was zu essen? Äh, I hope so. Wo bist du denn? Äh, genau auf der selben Etage wie du, nur da drin. So. Hier, äh, Road to the Earth. Hi. Ja, hi. Ja, warte, ich dropp dir was zu essen, mein Scheiß. Na, ist okay, ich nehm's nur raus. Ja, okay, nimm's da raus. Äh, passt da. Danke. Dafür nicht. Für sowas bin ich da. Ich muss sagen, für uns sichert nur, dass da oben gerade ein Feuer mitten auf dem Berg war. Aber da war kein Player. Aber jetzt ist das Feuer aus. Ich weiß nicht, wie lange Feuer braucht, um auszugehen. Lange, glaub ich. Einige, was ich bräuchte, sind Magazine für meine... Was hast du denn für ne Waffe? Ne Colt. M1-991. Äh, M1-9-1-1. Colt. Kann ich dir nicht geben, die hab ich selber. Gemlight? Nein. Hier drauf! Weiß ich nicht. Ne, Revolver. Ich hab ne Revolver. Munition hab ich gefunden. Aber dann Revolverst du nicht, oder? Nein. Oh, ich hab eins. Ein Magazin hab ich. Nachladen. Danke. War ein Elektro nicht auch noch ein zweites Krankenhaus? Nee. Inscheinend war das. Ah, super. Komplettes Ding ist nutzlos. Komplettes Schliff. Ich geh jetzt gegenüber in den Shop rein. Ja, da musst du mich führen. Vita, Vita, führ mich. Ich kann nix sehen. Okay, komm. Vita, die 23 Blumen. Glück, ab dass ich nicht einfach so umfalle. Der Shop ist noch beleuchtet, ne? Ja. Der ist von meiner Roadflare beleuchtet. Die gesamte Schule leuchtet. Und ich hab nen Zombie hinten. Ah ne. Wer ist denn das? Ich bin das. Alter, die Schule sieht echt... Alter, sag doch früher, dass du da bist. Hab ich doch gesagt. Ich bin hinter uns. Die Schule sieht echt übelst geil aus. Geht mal bitte einer hinten an irgendeine Türe ran. Ja. Ja. So, ich nehm mal hier die M19 auf. Vielleicht. Eine Uhr haben wir auch noch gefunden. Super, klasse, toll. Ich hab ne Uhr. Ah, da ist der Shopper. Makarov Magazin, danke. Du's zwar nicht gerne, aber... Ah. Oh. Take Makarov. Danke. Immer noch mit raus. Mit vier Magazinen, das hat doch was. Hier ist ja noch ne M1. Hier ist ja noch ne Cold. Ich hab noch sieben Schuss für die. Sieht schlecht aus. Ich hab sechs Makarov Magazine. Ist das krank oder ist das krank? Ach, das geht doch. Hat jemand von euch im Hinterzimmer geschaut? Hier ist zweimal Essen. Oh, Magazine. Magazine. Danke. Gib mir Magazine. Noch ne Watch. Oh, cool. Ich hab ein Alice Pack. Ist doch noch besser. Äh, hat das mehr Platz oder was? Ja. Ja. Wenn du willst, kannst du dir jetzt das Chechen Black Pack da mitnehmen. Äh, okay. Warte kurz. Äh, wer ist denn da hinter mir? Ich bin das. Okay. Wenn ich wüsste, wo du bist, Zit, dann... Vorne im Laden. Geh doch mal. Also, Leute. Nee, also... Halt die Fresse, sonst schießt ihr den Kopf, ey. Ey, ich schwör dir, ne? Das klatscht hier aber richtig, mein Freund. Ich geb... Ich geb der Tür gleich ne Kopfnuss. Ist ne Roachle da drin? Nee. Nee, ist ein Channel. Okay. Also, wo ist das komische Chech-Pack? Ja. Oh, ist verschwunden. Nevermind. Okay, wir sollten zur Uni gehen, ne? Äh, ist die M9 besser? Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht auskommt. Ich hab ne... Naja, gut, ich hab Magazin für die, äh, Colt. Also, würde ich wahrscheinlich die halten. Okay, Uli, wo bist du? Du musst... Ihr müsst nur hinten aus dem Shop raus und dann leicht... ...leicht links... ...den Berg hoch rennen. Und dann? Wo sind wir dann? Bei Rooney. Dann gibt's Bloodbags. Äh, könnt ihr mich führen, Leute. Könnt ihr mich führen? Ich bin gerade an der Fire Station. So? Hier lang, Nienchen. Hoch, hoch, hoch. Ich... ich seh dich nicht. Alter, ihr liegt... Ich kann dich nicht gut supporten, da, Rita. Wollte ich nur schon mal sagen. Hier liegt ein toter Player, muss ich mir Sorgen machen. Hier liegt ne Player. Ah, ja. Ja, genau. Ja, ich sag ja, ich glaub, hier war... ...entweder war hier einer und hier lungert noch irgendwo einer rum, aber ich seh' nicht. Uli, guckst du mal an, wo wir sind? Ich laufe gerade den Berg hoch. Da war's gerade, glaube ich, rechts, rechts, rechts. Nein. Nein, das ist ein Zombie. Ja, okay. Laufen wir weiter. Hört hier an ihm. Na ja, kannst du mal gucken, ob wir den Zombie hinten dran haben, oder? Nee. Haben wir nicht? Oh, die kann uns ja auch noch gar nicht sehen, von daher. Jetzt seh' ich euch. Du hängst fest von mir. Ja, ich weiß. Ach, leck mich, Zaun. Liegt aber auch nichts, ey. Nichts. Ich seh' gar nichts. Das ist das Schöne, wenn man Daisy Nacht spielt. Nee, ich mein, es ist ernst. Es ist dunkel und ich hab 4000 Blut und, äh, fall gleich um. Ah. Also, ich kann euch sagen, renn direkt auf mich zu. Okay, alles klar. Leute, wo seid ihr? Pass auf, Vita, ähm. Warte, ich mach auf mich aufmerksam. Nein, nein, nein. Nein, nein, auf keinen. Geronimo! Ich bin hier an den Bäumen mit fischen. Ich seh' dich, ich seh' dich, ich seh' dich. Ich seh' die Old Road Flair. Ganz hinten. Vita, ähm, du musst... Ah, wie erklär' ich dir das jetzt? Ähm. Hinten aus der Schule raus sind. Bin ich in der Schule. Äh, nicht in der Schule von einem Laden. Wo bist du, Sinchen? Genau, renn. Muss noch ein bisschen nach links. Genau. Tschau. 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 Vielen Dank.